Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Heute sprechen wir über etwas, was vielen wie ein Albtraum vorkommen mag. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Operation im Bauchraum hinter sich, vielleicht an der Leber oder am Magen und nach einiger Zeit geht die Narbe im Körper, im Inneren Ihres Körpers wieder auf. Da ist ein Narbenbruch entstanden und wir sprechen heute darüber, was man dagegen tun kann. Bei mir ist Oliver Stern, er ist Oberarzt der Viszeralchirurgie und er ist Leiter des Hernienzentrums an der Asklepios Klinik Bandsbeck. Schön, dass Sie gekommen sind, Herr Stern. Ich danke Ihnen. Sagen Sie uns, mit welchen Symptomen kommen die Menschen zu Ihnen? Woran merken die diesen Narbenbruch? Zunächst mal ganz einfach merken Sie im Idealfall, dass Sie eine schmerzlose Beule im Bereich der ehemaligen Narbe haben oder im Bereich der möglicherweise auch noch bestehenden Narbe. Das ist die einfachste Möglichkeit, einen Narbenbruch auch selbst an sich zu entdecken. Sollte das nicht gelingen, gibt es noch weitere Möglichkeiten, das zu entdecken, herauszufinden. Der Ultraschall ist eine Möglichkeit, aber wenn Sie von den Symptomen sprechen, so ist die Beule oder der Schmerz in der Bauchdecke bei Einklemmungserscheinungen des Darms beispielsweise das erste Zeichen. Gibt es noch weitere Symptome, an denen man diesen Narbenbruch bemerken kann? Übelkeit, Erbrechen, Auseinanderweichen, beispielsweise der Hautnarbe ist ein Zeichen dafür, eine Erweichung der Bauchdecke und natürlich ganz schlicht und einfach Schmerzen. Ja, und die Schmerzen kommen dann woher? Die Schmerzen kommen entweder durch das Auseinanderweichen der Bauchdecke, durch den erhöhten Innendruck des Bauchraumes, der nun nicht mehr den Widerstand hat, den er vorher hatte. Und sie kommen in erster Linie dadurch, dass sich Darm nicht immer einklemmt, aber zumindest in diese Bruchlücke hineinwölbt. Und das will der nicht. Der Darm, gerade der Dünndarm, gleitet im Bauch hin und her. Und wenn er irgendwo fixiert ist, so führt dies zu beginnenden Erscheinungen eines Darmverschlusses mit all den Begleiterscheinungen, die das bietet. Übelkeit, Erbrechen oder auch einfach nur Bauchschmerzen. Vielleicht sprechen wir nochmal darüber, über welche Ebene wir im Körper eigentlich sprechen. Es geht ja nicht um die Narbe, die wir draußen sehen am Körper, sondern es geht um die Narbe, die Sie im Leib gemacht haben, um eine Operation zu verschließen. So, und die reißt jetzt, die reißt dann so wie ein Hemd, vielleicht so, wie so ein einzelner Knopf da abgeht? Genau. Wir reden tatsächlich nicht über die Hautnarbe. Unter der Haut befindet sich das Fettgewebe und darunter die Muskulatur. Und die Muskulatur ist bedeckt von einer derbenfesten Schicht. Und diese Schicht nennt man Faszie. Und es gibt eine vordere Faszie, dann kommt die Muskulatur und dann gibt es eine hintere Faszie. Und diese Faszie ist der entscheidende Faktor zur Stabilität der Bauchdecke. Und genau, wenn wir vom Narbenbruch sprechen, dann reden wir immer genau über die Faszie. Und wenn diese Faszie sich öffnet, und in der Tat kann das so sein, wie Sie sagen, dass das wie so ein Hemd, an dem man reißt, aufgeht, aber so ist es meistens nicht. Es ist ein schleichender Prozess, der an einer kleinen Stelle beginnt, sich von zunächst wenigen Millimetern dann möglicherweise bis zu riesigen Narbenbrüchen im Laufe der Jahre ausdehnen kann. Sie sprechen von langen Zeiträumen. Ich spreche von langen Zeiträumen. Also viele Menschen, die wir sehen, laufen jahrelang mit Narbenbrüchen herum, haben auch Probleme, haben vielleicht auch keine Probleme. Aber sie laufen jahrelang mit Narbenbrüchen herum. Wir sehen die erstaunlichsten Patienten bei uns, die Bauchdecken haben, wo sie schon, wenn sie den Patienten einfach nur so sehen, selbst unter seinem Hemd, sehen, dass dem im Prinzip die Haut oder der Darm nur noch von der Haut bedeckt bis zum Knie herunter ragt. Das hört sich jetzt ganz furchtbar an. Und vor allem, Sie sagten ja eben auch, es gibt einen Fall, der dann schon fast ein Notfall ist, eben nämlich dann, wenn der Darm sich dann einklemmt an diese Öffnung, die entstanden ist und die nicht sein sollte. Und daran kann man nach meiner Information ja sogar sterben. Daran kann man sterben. Und das ist auch genau der Grund, diese Krankheit zu operieren. Sie haben nur die Möglichkeit, das zu operieren. Und Patienten kommen zu uns und sagen, ja, mir fehlt doch gar nichts. Ich habe diesen Narbenbruch, stört mich nicht. Ich bin 80 Jahre, ich will nicht mehr auf den Laufsteg, aber prophylaktisch zur Verhinderung einer späteren Darmeinklemmung, die tatsächlich auch mal im Notfall mit dem Tod enden kann. Wir sprechen hier von drei bis fünf Prozent von schweren Einklemmungen. Aber ich weiß nicht, ob ich einer von fünf von hundert sein möchte nach so einer Operation, der das hat. Und deshalb sollte man sich überlegen, prophylaktisch und früh das zu operieren. Man kann ja auch warten. Man kann bei Patienten, die wenig Symptome, aber große Brüche haben, durchaus auch warten. Man kann ihnen sagen, hören Sie mit dem Rauchen auf, verlieren Sie Gewicht. All diese Dinge. Man muss den Patienten ganz individuell bei der Narbenbruchbehandlung betrachten. Wie oft kommt denn so ein Narbenbruch eigentlich vor nach einer Operation im Bauchraum? Das ist viel. Das ist heutzutage, wo wir schon so viel besser geworden sind, sind es immer noch über zehn Prozent. Und ich weiß nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist, wie hoch die zehn Prozent, die wir wieder operieren. Ich weiß nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist an Patienten, die mit einem Narbenbruch noch zusätzlich herumlaufen und sich damit niemals jemandem vorstellen. Früher, als wir noch nicht die modernen Operationsverfahren hatten, hatten wir ein Auftreten eines Narbenbruches von fast 40 Prozent. Und warum passiert das? Hat da der Arzt schlecht gearbeitet? Nein. Vielleicht hat er schlecht gearbeitet. Das wäre eine Möglichkeit, warum ein Narbenbruch auftritt. Aber ich glaube nicht, dass so viele Narbenbrüche dadurch auftreten, dass Ärzte zu schlecht arbeiten. Diese Bauchdecke, die Bauchdecke muss nach einer Operation vernäht werden. Sie schneiden längs die Bauchdecke auf oder meinetwegen auch quer. Der Klassiker ist längs. Und am Ende der Operation verschließen Sie diese Bauchdecke schichtgerecht. Ich hatte diese drei Schichten genannt. Die werden alle einzeln verschlossen. Das kann man auch anders machen. Auf jeden Fall eine Naht, das können Sie sich ja vorstellen, eine simple Naht, ein Faden, kann niemals dem Druck standhalten, der sich aus dem Inneren des Bauchraumes beim Pressen auf der Toilette, beim Heben schwerer Lasten, da entwickeln Sie extrem hohe Kräfte. Die Naht, die Sie machen, dient nur dazu, dass die Faszie, also die Bauchdecke, die Möglichkeit hat, wieder zusammenzuheilen. Die Naht löst sich irgendwann auf. Die soll weg sein. Und wenn sie weg ist, dann soll die Bauchdecke wieder zusammengewachsen sein. Und da ist natürlich seitens des Patienten auch eine gewisse Schonzeit erforderlich. Sicherlich sollte man sechs Monate warten nach einer großen Bauch-OP, bevor man wieder ins Fitnessstudio geht und Sit-Ups macht. Das ist klar. Es kann an der Technik liegen, wie das genäht wurde. Die Bauchdecke ist extrem viel schwerer, einen Bauch zu verschließen, ist, wenn der Patient bereits vorher Narben im Bereich des Bauches hatte. Das wird ja nicht besser, das Gewebe. Sie nähen es wieder zu, aber es ist schon mal beispielsweise quer geschnitten worden. Der Patient wurde an der Gallenblase, an der Leber, hat beispielsweise einen Schnitt hier rüber. Sehr häufig haben die Patienten Aortenprothesen, also haben mehrere Narben. Und die Bauchdecke wird ja nicht stabiler, dadurch, dass ich sie wieder zusammennähe, selbst wenn ich ein Netz reinbringe. Wir sind gerade dabei, oder man ist dabei, die Therapiemöglichkeiten zum Verschluss der Bauchdecke, sowohl nach der primären Operation als auch bei der Behandlung des Narbenbruches, zu optimieren. Durch Verwendung neuer Materialien, durch Verwendung neuer Nahttechniken. Über die verschiedenen Operationsmethoden lassen Sie uns gleich noch sprechen. Was ich eben schon bei Ihnen herausgehört habe, das ist, es kommt gar nicht so sehr auf die Naht an, am Ende, dass ein Narbenbruch entsteht, sondern es kommt auf die Qualität des Gewebes an, sozusagen, das zusammenwachsen muss. Sie sagten schon, das sind Narben, die schon vorhanden sind. Sie hatten vorhin kurz angedeutet, Raucher zum Beispiel auch. Also, wie muss der Patient aufgestellt sein, damit ihm sowas passiert? Was sind die Risikofaktoren? Der Patient, dem das nicht passiert, ist idealerweise schlank, jung, raucht nicht und hat einen guten Kollagenstoffwechsel. Sie kriegen keinen Narbenbruch oder Sie kriegen keinen Eingeweidebruch durch eine Kollagenstörung, durch eine Störung Ihres Kollagenstoffwechsels. Sie kriegen nicht automatisch einen Leistenbruch oder Narbenbruch, wenn Sie Raucher sind. Aber natürlich ist es so, dass die Durchblutung des Gewebes, es geht ja hier um die ganz kleinen Blutgefäße, die im Endbereich der Narben, wir reden nicht von der Hauptschlagader, sondern wir reden über winzige Blutgefäße. Und das wissen wir alle, dass die bei Rauchern natürlich, also wir haben eine deutlich höhere Rezidivquote, also Wiederauftretensquote nach Operation eines Narbenbruches, also dass der Patient einen erneuten bekommt, obwohl ich ihn schon operiert habe, bei Rauchern. Das ist um über 10 Prozent erhöht. Ich habe gelesen, dass es sogar sich lohnt, vier Wochen vor der OP mit dem Rauchen erst aufzuhören. Stimmt das? Das lohnt sich auf jeden Fall. Die Frage ist, wie man das heutzutage durchsetzen soll. Sie sehen einen Patienten vor Ihnen, das kommt sicherlich auch ein bisschen auf die Patienten an, die so in Ihrem Krankenhaus, in der Umgebung des Krankenhauses leben. In Dänemark wird das beispielsweise gemacht. Ich habe gerade einen Vortrag letzten Monat gehört, auf einem Kongress in Dänemark, in Kopenhagen, an der Uniklinik, wird der Patient gezwungen quasi, es sei denn, es ist ein Notfall, wird er gezwungen, mit dem Rauchen aufzuhören. Das wird kontrolliert, er kriegt ein Gerät mit nach Hause, das seinen Kohlenmonoxid-Ausstoß misst und das Ganze wird kontrolliert, er wird vier Wochen nach Hause geschickt und wenn er wiederkommt und immer noch raucht, dann wird er nochmal vier Wochen nach Hause geschickt. Am Ende wird natürlich niemandem die Therapie verwehrt. Auch wir sagen das unseren Patienten, dass sie aufhören sollen, dass sie unbedingt aufhören müssen zu rauchen und versuchen, das zu schieben. Andererseits muss man natürlich auch sagen, es gibt immer dann auch Operateure, die es dann trotzdem tun. Und wir versuchen natürlich irgendwie das Allerbeste rauszuholen, also die allerbesten Bedingungen für so eine Operation zu schaffen. Und da gehört es eben auch dazu, den Patienten unangenehme Wahrheiten zu erzählen. Und es gehört dazu, diesen Narbenbruch dann wieder zu korrigieren. Und wie machen Sie das jetzt? Ja, auch hier gibt es unzählige Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit, Sie haben einen Narbenbruch, Sie schneiden die Haut auf, gucken auf die Bauchdecke und nähen sie wieder zusammen mit einer erneuten Naht. Möglichkeit 1, jahrzehntelang so gemacht, klappt nicht. 40% Rezidiv-Wiederauftretensquoten ist so. Möglichkeit 2, Sie nähen es wieder zusammen und nähen ein Kunststoffnetz drauf. Ja. Können Sie machen. Ist besser, deutlich besser, aber immer noch nicht gut. Also in den Körper hinein, auf diese Faszie. Auf diese Faszie. Genau, auf die Faszie. Und nähen Sie ein Kunststoffnetz drauf. Das würde man eine Onlay-Reparation, weil es oben drauf liegt. Auch nicht gut. Hat sich gezeigt, das ist deutlich besser. Viel besser ist die Naht, viel schlechter ist alles andere. Dritte Möglichkeit, und das ist eigentlich die Möglichkeit, die man, der Goldstandard sozusagen dieser Operation ist, ist die Schicht der Muskulatur. Ich hatte gesagt, vordere Faszie, Muskulatur, hintere Faszie. Das heißt, Sie operieren den Patienten, klappen das vordere Blatt weg, klappen die Muskulatur weg, nähen das hintere Blatt wieder zusammen, legen in diese Schicht ein Netz, legen darüber den Muskel und nähen darüber die vordere Faszie wieder zusammen. Da merken Sie schon, das heißt, das Kunststoffimplantat, das wir einbringen, liegt eingebettet in der Anatomie. Wenn Sie von innen gegendrücken, können Sie sich vorstellen, dass wenn das Netz innen liegt, dass das anatomisch besser ist, als wenn es draußen liegt. Ich glaube, das ist auch so von der reinen Mechanik, auch für Laien, vollkommen nachvollziehbar. Dritte Möglichkeit, und das ist das, was immer mehr kommt, oder es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, aber ich würde mich dann erst mal darauf beschränken, ist das Ganze in Schlüssellochtechnik zu operieren. Eine Technik, die seit nun mittlerweile mehr als zehn Jahren, nicht die Schlüssellochtechnik allgemein, aber bei Narbenbrüchen, angewendet wird. Sie können mit der Schlüssellochtechnik, wo Sie wenige kleine Schnitte machen, Bruchlücken von ungefähr, ich sage immer, bis zu zehn Zentimeter Breite versorgen. Länge spielt da nicht so eine große Rolle, es geht um die Breite. Sie können sich vorstellen, wenn das Ding so weit auseinander ist, wenn der Bruch so weit auseinandergewiegen ist, dass es schwierig ist, oder wenn es sogar so groß ist, es ist schwierig. Aber Sie können mit der Schlüssellochtechnik sehr gut Brüche bis zu zehn Zentimeter Breite versorgen, indem Sie in den Innenraum des Bauches ein Netz einbringen und quasi gegen das Bauchfell von innen in den Bauch hinein dieses Netz positionieren. Hierzu sind allerdings sehr spezielle und auch sehr teure Netze erforderlich, denn das Risiko bei dieser Operation ist, dass der Darm Kontakt zum Netz findet. Ja, genau. Dadurch Verwachsungen und möglicherweise sogar ein Darmverschluss entstehen. Ja. Und dem geht man entgegen, wirkt man entgegen, indem man speziell beschichtete Netze nimmt, bei denen der Darm, an denen der Darm nicht so anheften soll. Kann es auch sein, dass man deshalb darauf verzichtet, es laparoskopisch zu machen, weil man mit dem Netz da so tief gehen muss? Nein, nein. Der Grund, sich für eine oder die andere Operation zu entscheiden, ist der Zustand des Patienten. Sie wollen das primäre Ziel einer Narbenhernienreparation. Sollte ja, würde man denken, sein, dass der Patient eine anatomisch korrekte Bauchdecke wiederhergestellt bekommt. Aber ist das wirklich immer nötig, muss der 85-jährige Patient, der vielleicht sagt, das stört mich alles gar nicht oder der mit Einklemmungserscheinungen kommt, der sagt, ich will nur schnell und ich will gut wieder nach Hause kommen. Diese Operationen sind ja nicht risikofrei. Ja, das sind große Operationen, das sind teilweise sogar sehr große Operationen, wenn zum Beispiel der gesamte Darm aus der Bauchdecke bereits herausgefallen ist. Wir nennen das, dass der Darm sein Heimrecht im Bauch verloren hat, sein Hausrecht im Bauch verloren hat. Manchmal gibt es auch die Möglichkeit, einfach nur dem Patienten zu vermitteln, wir verhindern bei dir, dass du spätere Einklemmungserscheinungen hast. Dafür kriegst du aber eine kleine Operation, die dich nicht belasten wird. Anders als der Bodybuilder, der zu uns kommt, einen Narbenbruch nun dummerweise entwickelt hat, aber sagt, ja, oder der Bauer bei uns ist mein Beruf. Und Sie dürfen nicht vergessen, Sie haben nach einer Narbenbruch-Situation, haben Sie bis zu 70 Prozent Kraftverlust Ihrer Bauchdecke. Sie müssen mit 30 Prozent, ob Operation oder nicht, auskommen. Und bei einem erneuten Bruch wird das immer weniger. Ja, wenn ich zu Ihnen komme, dann komme ich ja in ein zertifiziertes Hernienzentrum, also Hernie für Bruch. Woran merke ich das eigentlich? Ja, vielleicht einmal zur Erklärung, was ein Hernienzentrum ist. Der Begriff Zentrum wird ja inflationär quasi verwendet mittlerweile. Es gibt von den Fachgesellschaften, von den chirurgischen Fachgesellschaften in Deutschland eine Initiative, dass alle Kliniken möglichst ihre Zahlen, ihre Daten an ein zentrales Register übermitteln. Da rede ich jetzt nicht von dem Namen des Patienten, sondern beispielsweise, wie groß ist der Bruch gewesen, welches Netz hast du verwendet, wie hoch war der Schmerzmittelbedarf, welche Komplikationen gab es bei welchem Netz, waren die Komplikationen größer, wenn der Patient an dieser oder jener Operation und so weiter. Also wirklich immens viele Informationen. Die sollen von den Kliniken in ein Register eingegeben werden, das geschieht online. Und wenn man das getan hat, kann man sich nach den ersten 30 eingegebenen Patienten, also relativ früh, kriegt man ein Siegel, das heißt qualitätsgesicherte Hernienchirurgie. Damit ist man noch kein zertifiziertes Zentrum. Man kann sich, wenn man das breit fasst, kann man sich damit schmücken. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich korrekt zu zertifizieren über die Fachgesellschaften. Ihre Frage lautete ja, woran merke ich das? Ja, was habe ich davon, genau. Sie haben davon eine Klinik, die viele dieser Operationen macht. Sehr viele. Damit eine große Routine hat. Damit eine große Routine hat. Sie haben eine Klinik, die ihre Patienten nachuntersuchen muss und auch nachuntersuchen will. Eine Klinik, die daran interessiert ist, ihre eigenen Komplikationen zu überprüfen, ihre Fehler nachzuweisen. Wir sind alle nicht fehlerfrei. Kein Chirurg ist das. Und viele Fehler, die wir machen, kennen wir nicht. Wir wissen gar nicht. Aber wenn ich den Patienten, wie in unserem Fall, nach einem, fünf und zehn Jahren nachuntersuche und ihm darüber hinaus auch noch jederzeit für Fragen zur Verfügung stehe, gut, dann, glaube ich, haben sie eine bessere Qualität in dieser Klinik. Und dann kommen noch viele andere Kriterien hinzu. Eine regelmäßige Sprechstunde, die findet bei uns beispielsweise jeden Tag statt. Immer von den gleichen Leuten. Immer von Leuten, die sich mit Hernienchirurgie auskennen. Kurze Liege. Ich könnte Ihnen noch viel mehr erzählen. Aber das ist, glaube ich, das, was ein Hernienzentrum ausmacht. Aber vor allem die Qualitätssicherung. Vielen Dank, Herr Stern. Vielen Dank für die spannenden Informationen. Ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube. Machen Sie es gut.